So, und den Rest, ja. Haben wir da vorne? Ne, haben wir nicht. Ich glaube, die Backbench habe ich da hinten abgebaut. Äh, einen nehmen wir mit. Und dann schauen wir mal da hinten, was wir da noch sonst an Holz brauchen. Erst einmal was aufbauen. Und dann werden wir weitersehen. So. Das ist da auf der Höhe, okay. Okay, hier hätte ich gerne ein bisschen Spalt, genau. Ein bisschen Platz, würde ich eigentlich sagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, neun, passt. Und zehn. So, wie breit machen wir das denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Äh, neun, zehn, elf, zwölf. Dann bis hier hin. So, dann haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Mann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Obwohl, das ist viel zu breit. Ich glaube, auf zehn können wir da gehen. Da können wir auf zehn gehen. So, da war zwölf, elf, zehn. Machen wir so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und dann hier. Passt das? Ja, das passt. Wow. Ich bin begeistert. So. Ich werde es jetzt hier nur mit Hoppern machen. Oder mit Minecart. Ich weiß es noch nicht genau. Obwohl, Schieden haben wir ja eigentlich genug. Ha, mal gucken. Mal gucken. So. Das da. Dann das da noch. Nein, das nicht. Oh, ich müsste auch hier mal das Zeug da reparieren. So. Wunderbar. So, wie haben wir das jetzt hier gemacht? Ah, guck mal hier. Da haben wir sogar Bricks genommen. Boah. So. Eins, zwei, drei. Okay. Eins, zwei, drei. Ja, sauber. So, den weg. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Ja. Läuft doch. So. Ah, guck mal hier. Wir haben doch genug Steine da. Können wir uns auch noch ein paar Bricks machen. So, zack, zack. Jetzt komme ich gleich nicht mehr raus, denke ich. So. 48 Bricks. So. Ja, wunderbar. Wunderbar. So, und die jetzt dahin. Genau. So, ein bisschen Eder haben wir ja auch. Können wir uns dann hier hochbauen. Ja, ich bräuchte aber noch einen. Mindestens. Äh, den nehme ich mir nicht da. Den nehme ich mir... Ach komm, hier. Komm. Zack. Den nehme ich mir von hier. So, okay. Jetzt muss ich mal die Mitte ausmessen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau. Äh. Ach komm. So, eins, zwei, drei. Ne, vier. Genau. Eins, zwei, drei, vier. Es müsste jetzt genau die Mitte sein. Ja, doch. Ist es. So, und jetzt die Trichter. Das wird jetzt lustig. Ähm. Wartet. Jetzt machen wir mal hier ganz anders. Habe ich die? Ja, habe ich. So, ähm. Ah, jetzt komme ich hier nicht mal rein. Warte mal. Du bist, äh. Ja, nehmen wir die. So. Eins, zwei, eins, zwei. Eins und zwei. Genau. Und dann füllen wir das hier alles komplett mit Trichtern aus. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen, ja, ein bisschen dekadent. Würde ich jetzt mal fast behaupten. Aber, wir haben es doch, oder? So, aber hier sollte ich auf jeden Fall Fackeln setzen. So, und dann, ja, komm. Nein. Machen wir so. Nein. Oh, jetzt gehen wir noch die Fackeln raus, oder was? So. Ja. Doch, das passt. Äh, da haben wir sie. Okay. Oh, ich würde sagen, wir brauchen noch ein paar mehr. So, und dazu werde ich mir noch ein bisschen Holz hier schlagen. Aber erst hinlegen. Warten, bis es wieder morgen ist und dann hier, bom. Ach, warte mal. Und den kriegen wir ja mehr. So einen halben Stack, glaube ich, kriegen wir doch da raus. Ungefähr. So. Oh je. Der ist groß. Oh, doch ein bisschen mehr als einen halben Stack. So, okay. Ja, wir müssen doch noch die anderen Bäume killen. Killen. Und ich glaube, ich habe... Äh, es sieht fast so aus, als wäre das so ein Mutator. Naja, der nicht. Aber der da hinten, ne. Oder? Ach, guck mal da. Da ist noch ein Holz drin, oder was? Ja. Super. Naja, ist ja wurscht. So, das dann auch weg. Den noch weg. So. Was haben wir denn jetzt alles an Holz? Wir haben... Okay, warte mal. Das müssen wir jetzt erst mal umwandeln. So, 16. 36. Äh, warte mal. Damit ich einfach errechnen kann, brauche ich nochmal 16. Das heißt... 1, 2, 3, 4... 48, ja. Dann habe ich 3 Stacks. Äh. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Äh, 16 brauche ich dann, glaube ich, noch für einen Stack, ne? Ja, passt. So. Dann noch ein paar Hopper gebastelt. Achso, wie viele brauchen wir denn noch? Das muss man vielleicht auch mal gucken, ne? Damit wir da schon mal den ersten Baum setzen können. Ja, da brauchen wir noch ein paar. Hm. Ja gut, werden wir sehen. Werden wir sehen. Ich glaube, Eisen müssten wir jetzt mittlerweile auch, ähm, fast genug dafür haben. Nur mit dem Holz wird es ein bisschen knapp. Deswegen möchte ich ja diese Baumfarmen machen. Damit... Wo? Bist du da drin, oder was? Ne, kann gar nicht, ne? Ah, jetzt ist er auf jeden Fall tot. Ist ja wurscht. Wenn er tot ist, dann ist er tot. So. 1... 2... 3... So. 16. Ah, fast. 34. Boah, gut, passt jetzt mal. Passt erstmal. Und 4 Birkenholz. Birke, Birke, Birke. Wo warst du, Birke? Ich habe hier keine Birke drin. Okay. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Mein Gott, da geht das Eisen aber auch wieder hin, ne? Naja, ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Ich meine, wenn ich hier dann, äh, so... Nebenbei noch was mache, dann... Werde ich mich sowieso mal ein paar Mal hier auf Camp hinstellen. Und dann einfach mal die Eisengolem-Farm für uns arbeiten lassen, ne? So ist es ja nisch. Jetzt hoffe ich nicht die Zeit dafür hätte. Eigentlich nicht, aber egal. Was soll's, ne? So. Mit 34 werde ich wahrscheinlich auch noch nicht so weit kommen. Erstmal noch was schnabbeliert. Guck mal hier. Machen wir doch mal... Oh, guck mal hier. Dann machen wir doch nochmal die... Die fertig. So. Die kommt da rein. Und dann geht's hier weiter. Ja, 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 ja!